grüßt euch ihr lieben so wir sind heute unterwegs es ist samstagabend und circa 6 uhr und wir sind auf dem weg mal nach winterbad wir beleuchten mal ein wenig und wir lachen schon gell thomas weil wir erwarten nicht allzu viel wir beleuchten nämlich heute mal das nachtleben von lua hin das wird sehr kurz vermute ich weil wir haben ja immer noch dass die bars geschlossen sind dass es kein alkohol ausgeschenkt werden darf und einige sind schon ganz findig geworden von den bars die machen es jetzt so dass sie das umdeklarieren und machen kleine essen also bieten sowas an damit sie die öffnen können und so bisserl unter der hand glaube ich wird doch ab und zu wohl was alkoholisches ausgeschenkt oder was meinst du damals nein also da passen die auf ok wir fahren mal hin und wenn wir angekommen sind machen wir mal so einen kleinen rundgang und mal sehen ob das offen hat auch so unsere lieblings bars wo wir früher mal waren nur nach circa zwei jahren kann man sagen oder noch länger ist das glaube ich fast schon nicht mehr vorhanden aber wir gucken mal viele von euch kennen sehr wahrscheinlich das sehr sehr gut das hilton das ist so mittendrin im zentrum von hua hin und wir sind jetzt hier auf der straße richtung binterbad ein italienisches restaurant hat noch auf ist aber im moment überhaupt nichts los ich kann ihm nur wünschen dass noch gäste kommen diejenigen die schon mal in hua hin waren kennen diese straße hier bestimmt das ist also die main street die hauptstraße zum hilton hin aber schaut nur es ist leider alles zu eine nette dame die noch massagen anbietet eine katze der ist gut geht aber ihr seht hier war ein unglaublich schönes geschäft mit holzartikeln mit handschnitzereien wunderschön auch hier modafashion gibt es leider nicht mehr diesen laden fand ich immer sehr schön und der ist zum glück noch offen bietet facials an bietet beauties an da waren immer einige leute was eben hier zu sehen ist das ist die barszene alle leute die immer im hilton waren sind sehr gerne in diese area reingegangen und ich sehe wirklich mit schrecken sie haben tatsächlich die wohl läden runter gemacht sie haben abgebaut die tische und so sieht das ganze im moment aus andere haben neu aufgemacht wie bcb das gibt es noch hier gibt es wohl leckere pizza wie ich gehört habe und das hier das kannte jeder das war das hilton oder ist das hilton noch mit der brewing company da spielt jeden abend spielte und besonders freitag samstag oder thomas spielte immer eine live band und die war immer brechend voll natürlich keine gäste mehr also findet das auch nicht mehr statt und jetzt gehen wir die straße rein zu winterbad so nennt sich die area hua hin sei winterbad quasi wie das wetter ein trauerspiel eine bar nach der anderen zu ja es ist im moment leider auch verboten ganz klar dahinter ist die panama bar wir sehen sie ist total zu die rolläden sind runter ich glaube aus der area hier wird nichts mehr ich glaube auch nicht wenn die hier aufmachen dass die läden hier alle gleich wieder aufmachen denn die mieten hier sind auch exorbitant teuer gehen wir mal weiter hier bei ibiza bar oh ja ich erinnere mich ganz genau hier saßen wir hier saßen wir als wir uns das erste mal kennengelernt haben so richtig ich entsinne mich da habe ich glaube ich sogar noch ein foto von ach gott hier war eine tolle war das hieß click bar früher und wir waren hier wahnsinnig gerne das waren die einzigen die wirklich eine tolle zeit raus gemacht haben mussten aber leider wegen drogenverkaufs schließen ja leider 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 hier war der hua hin biergarten ihr lieben das ist so so schade das war eine tolle zeit und schaut mal hier das ist der hua hin biergarten genau was er damals vorhin erwähnte hier waren die leute und haben sich im freien aufgehalten und fühlten sich sehr wohl wir trafen hier auch oft leute und so hat der abend meistens meistens begonnen weißt du noch ja leider nicht mehr der fall schaut und das ist die area diese bahn das weiß ich noch immer die mit der lautesten musik ja das stimmt die hier nice and easy bar die hatte immer die lauteste musik und die meisten krabschfrauen und die nebendran diese hier die hatten unglaublich schöne frauen aber thomas das waren doch ladyboys meistens ne die waren nur immer auf angrabschen ehrlich so schade ach gott nee hier war mein 7 11 stimmt hier war mein 7 11 natürlich das lohnt sich auch nicht mehr jetzt seht ihr uns hier rumlaufen wie ist das? wie ist das? wie ist das? nicht gut nicht gut nicht gut ich habe 0 0 0 nein 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 es sieht so schade wenn wir hierher was ein schade das war Covid Covid es war Covid have a good time bye hier war tinas bar ja das muss ich euch zeigen das ist tinas bar ich war ganz stolz dass ich so eine tolle bar habe hier war immer schlecht hier war immer ladyboy hier waren die ladyboys die lauerten thomas meistens auf warfen sich hin zu füßen und boten ihm freiwillig die dienste an auch ohne dass er irgendetwas zahlen musste aber so betrunken war ich noch nie die anzunehmen wirklich nicht? nein nicht mal wenn die drauf zahlen gehen dabei es waren zum teil sehr schöne oh schaut hier das bist du gourmand hat wenigstens auf ja oh das ist so hübsch gemacht sehr schön ich glaube hier sitzt man auch sehr gut wir waren noch nicht hier drin for rent of course for sale for rent der golf shop den gibt es noch hier war immer Rentner tanzen da entsinne ich mich auch hier waren wir mit freunden und da spielt auch immer eine live band spielte 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 du hast recht und also ich muss zugeben das tanzbein habe ich da auch geschwungen ich mich cha 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 rumba solche sachen wisst ihr was man ebenso als alte frau mal machen kann wenn man geld zum trinken hat dann tanzt man nicht ach dich kriege ich noch zum tanzen aber jetzt kommen wir gleich an eine bar die fanden wir auch toll und zwar die heißt london bar da waren wir sehr gerne weil in der london bar war naja waren leute von den heads angels und als ich noch ganz alleine hier war in hua hin da waren die hier und ja haben sehr auf mich aufgepasst und schaut euch das an was geschehen ist oje ja das ist aus der london bar geworden noch nicht mal das schild steht nichts mehr hello aber die bar gegenüber gibt es noch schau an hello und immer wieder trifft man auf solche leute hi wir zeigen einfach wie ein Binterbad ist oh was ein Piddy wir kamen oft hier london bar dann kamen wir zu deinem bar ich erinnere mich was du denkst wenn die bar öffnen wenn die bar öffnen wenn die bar öffnen wenn die bar öffnen oktober nein ne nächstes season ich glaube nicht aber wenn du fährst du kannst es öffnen ja gute Idee sehr gut sehr gut sehr gut aber keine Alkohol keine Alkohol keine Alkohol ja ok mach es gut gute Idee ja Freunde die Thailänder verstehen es immer aus allem irgendwas zu machen es ist schwierig Restaurantpapier weil jeder kann Restaurantpapier machen aber nur du ich sehe nur du du hast das sehr gut sehr gut ja Leute also wenn ihr nach Ruhe hinkommt er hat offen ach und du mein Freund wie geht es du hast so recht es ist unglaublich es ist komm mal her hier war unsere Massage hier gab es die beste Fußmassage da waren wir auch oft gewesen und seht so sieht die Straße nun wie aus und hier ist die Bombe explodiert oh das stimmt das war hier nicht wahr wann war das drei Jahre warst du da schon hier ne das stimmt war Bild-Zeitung Bombenterror im Urlaubsparadies das ist wirklich wahr hier war das hier ist die Bombe explodiert und die Leute haben die Splitter abgekriegt also das war wirklich schlimm das war ein riesen Schock gewesen danach war Winterbad auch ziemlich zu gewesen da kam erst mal keiner aber aber seht ihr es gibt doch Leute die es schaffen sehr sehr gut man hat hoi sehr gut sehr gut du bist leise ich mag es ein leises Leben sehr gut ich kenne es sehr gut ja haben wir einen guten zeit tot seht ihr einige trauen sich einige gehen und machen es man macht einfach man fragt dann nicht man tut es warum auch nicht? Oh, das ist das, das fand ich immer schön. Schaut mal, so ein schönes altes Haus hier inmitten von Binterbad. Lässt sich nicht stören von der ganzen Bar-Szene, sondern die Menschen leben einfach so weiter, wie es schon immer war. Und man macht das einfach so, man setzt sich hin und man hat Spaß dran. Man kann einfach genießen, wie das eben ist. Diese Bar hat auch offen, weil sie eben Essen anbietet. Die Massage ist offen. Hier war doch immer auch diese Massage an der Ecke mit Happy Ending, nicht wahr? Ich entsinne mich. Ich frage sie, sie sagt ja. How much is paying for restaurant paper, that you can have restaurant? No, I didn't before, I didn't before, but now I didn't for restaurant. Ah, good, good, good. Very good. Very good. You have little customer, some customer? Little customer, not busy. But better than nothing. What do you think? When will the people come back? Do you think it will come next season? I don't know. No, we have the same feeling. Very, very difficult. Have a good time, ladies. See you. Bye. Hi. Hello. Hi. Hi. Hi, beautiful ladies. Hi, beautiful ladies. Looks good. I love you. How is it about? Not so many customers in the moment. I know. Terrible. You look beautiful. Very beautiful. Bye, ladies. Bye, ladies. Bye, ladies. You see, here's all the time, everybody is on our Tesla and everyone is on the road. Absolutely, everyone is on the right to come. But it's not easy. But the people who asked us for a while were given... Oh, here was a huge bar. I know, here was a big bar. Aktion, jetzt sind die Schlösser davor. Ach nein, Thomas, mein Herz geht auf. Ach, das ist ein absoluter Mini, hast du gesehen? Ja, ihr Lieben, so sieht also Binterbad das Nachtleben Samstagabends aus. Und ich glaube, selbst wenn wir noch warten, bis es ganz dunkel ist, aber dann können wir euch leider keine Bilder mehr liefern, aber selbst wenn wir warten, bis es ganz dunkel ist, wird es auch nicht mehr. Nee, es eröffnet nicht mehr. Nein, das, was ihr jetzt seht, hat offen zwei Mülltonnen Krillz ist ein Restaurant. Ja, klar. Weißt du, du musst nur diese Idee haben, es ist ja ganz egal. Hauptsache, du machst irgendwas. Ist doch nicht schlecht. Ach, hallo, sag mal, wie viele Katzen sind denn hier? Die waren doch vorher nie da. Ihr seid ja wunderschön. Ah, sie ist vorsichtig. Sie ist ganz vorsichtig. Oh, Leute, das ist das Schönste. Guckt mal, das ist ein Husband Day Care Center. Das bedeutet, wenn die Frauen hier mit ihren Männern durchgehen, dann fragen hier die Damen, brauchst du Zeit zum Relaxen? Brauchst du ein bisschen Zeit für dich selbst? Möchtest du gerne shoppen gehen? Fragen sie dann die Frau. Leave your husband with us. Also, der Husband kann hier abgegeben werden, der Ehemann. Und sie versprechen, wir gucken nach ihm für dich. Du musst keine Sorge haben. Du, als Frau, musst nur für seine Drinks dann nachher bezahlen, wenn du ihn abholst. Finde ich eine ganz goldige Idee. Ich hoffe, die öffnen bald wieder. Dann bringe ich Tamas mal hin. Was hältst du davon, Tamas? Das war ich noch nicht. Aber ich glaube auch, die Frauen da sind festig. Hallo, Mädels. Wieso sind die hässlich? Du kannst es doch gar nicht wissen. Und wieder ein schönes altes Gebäude dazwischen. Wunderschön gemacht. Panama habe ich gelesen. In Facebook hat auch offen. Die verkaufen auch Essen. Ach, das ist ja super. Wirklich. Ja, ich glaube. Aber Musik. Oh, es ist tatsächlich offen. Ja, das ist die berühmte Panama Bar. Wir sagen den Menschen, das ist eine gewöhnliche Panama Bar. Wenn sie nach Ruahin kommen, müssen sie hier kommen. Wir kommen hier in die Villa. Wir kommen hier in die Villa. Wir kommen hier in die Villa. Oh, ich weiß. Komm hier in die Villa. Komm hier in die Villa. Oh, ich weiß. Es ist schön. Wir kennen es von früher. Good luck für alle von euch. Hier ist Sex verboten. Ah, das seht ihr. Keine Schusswaffen, kein Sex. Ganz genau. Und ein Meter Abstand. Die Masken muss man tragen. Ja, ist richtig so. Sehr gut. Hier war auch immer diese große Villa. Oh ja, ich entsinne mich. Stimmt. Die hatten solche kuscheligen Sessel. Aber die Pflanzen stehen noch. Also sie hoffen vielleicht irgendwann wieder zu öffnen. Ja. Und hier ist die Wiki Bar. Ich glaube, das war die einzige Bar, wo oben man sehen konnte, wer da getanzt hat. Nee, da war nie jemand drin. Ich war da einmal drin. Und die Leute mögen nicht, nicht zu sehen, was drin los ist. Weil das war zwar da oben an dem Fenster, aber da wurde nicht getanzt, sondern da wurde nur gesessen. Ach so. Ach so. Ja, wir haben jetzt mit euch mal eine Rundtour gemacht durch unser Binterbad, durch unser Nachtleben. Und das kleine, süße Rotlichtfinkel mit dem Pink Panther, mit all den schönen, süßen Bars, Hemingway, wie sie alle heißen. Und leider ist es das nicht mehr. Und deswegen, ihr Lieben, nehme ich einmal kurz runter. Schön, dass ihr dabei wart. Also, ihr habt jetzt mal einen Einblick gewonnen. Aber wir sind schon ein bisschen traurig, wenn man das so sieht. Also, ich finde es wahnsinnig schade. Wenn ihr Spaß daran habt, dass wir im schlechten Wetter draußen rumlaufen und für euch Videos machen, dann liked doch bitte das Video, kommentiert und abonniert unseren Kanal. Genau, da freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.